Heiho und willkommen zurück zu der nächsten Episode The Darkest Dungeon Mit eurem Ron Und... Haben wir schon geguckt? Ja, wir haben niemanden Neues, stimmt ja Und leider sieht's so aus, als müssten unsere Getreuen... Getreuen getreuen Also Gudgorian und Arias erstmal sich hier von der Pest befreien Deswegen müssen wir heute eine kleine Exkursion mit etwas, sagen wir mal, schwächeren Leuten machen Aber das ist okay Nun wollen wir mal schauen Das ist für Level 5 Wir haben noch niemanden für Level 5 Deswegen, schauen wir mal was, was viel Gold bringt Und für Level... Ich würde gerne die Niedrigen noch trainieren Haben wir noch was für Niedrigeres? Ja, ja, ich weiß, dass ihr euer Talent nicht verschwenden wollt für sowas Hmm Short, einfach nur ein bisschen erkunden, gibt aber kaum Gold Das hier gibt mehr Gold und einen blauen Edelstein Das hier gibt was für den Hellion, das habe ich aber schon Auch blau Das hier gibt ein paar Deeds Die könnten wir eigentlich relativ gut gebrauchen Aber da kann ich jetzt wieder nur Level 3 mitnehmen Schwierig Schwierig Okay, dann machen wir einfach mal die Raumkämpfe Ja, ich denke, die Raumkämpfe sind ganz okay Dann wollen wir mal nehmen Liliana Lorkag Kondorax auf jeden Fall Der soll auch noch trainieren Und Einen Heiler Haben wir noch einen Heiler? Kannst du heilen? Ist die gute Frage Nee Du kannst nur Stress heilen Aber so heilen kannst du nicht Und dieser Halb nutzlose Heiler Ist gerade noch in der Taverne Und Jarvigl bestimmt nicht mit, oder? Ja 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 Kinderspiele Das mache ich nicht mit Sonja Kannst du heilen Du kannst auch nicht heilen Äh Okay Dann nehme ich halt Lord Crane mit Was kannst du da hinten nicht machen? Du kannst da hinten das Harvest nicht machen Deinen stärksten Angriff Schade eigentlich Du bist halt mehr der Buffer-Typ Das ist okay Und Liliana Was? Judge an Execution Okay Liliana Was kannst du von da hinten nicht benutzen? Deine Spitzhacke Also du bist ganz hinten Okay Du kannst von ganz hinten die Spitzhacke nicht benutzen Also Pickaxe to the face Könntest aber Longspinner Zum Problem ist bei Lost Du springst nach vorne Ähm Trickery Ah Vielleicht sollten wir das machen Dass sie sich selber vor Gift heilen kann Ich weiß jetzt nicht wie viel Gift da ist Aber Es kann auf jeden Fall nicht schaden Wenn sie sich dann vor Gift heilt Und das Cured Sehr schön Embark Das wollte ich ja nicht weg machen So Perfekt Okay Leute Kommt mir heil wieder Äh Ja Perfekt So wir brauchen auf jeden Fall Essen Nicht so viel Es ist nur ein kurzes Abenteuer Aber trotzdem Fackeln Und Eins von da Eins von da Eins von hier Ein heiliges Wässerchen Und noch eine Schaufel für den Notfall Let's go Äh Fralls will explore if left for too long Also explode Was sind Fralls? Und warum tut Frall explodieren? Ich dachte das sind Schamane Und da ist die erste Schaufel Weg damit Ist aber nicht wirklich viel Also wirklich kleine Map Naja Oh Die Die sind immer gut Gegner Scouting Da oben ist ein Kampf Aber das ist okay Noch mehr Loot Ein Fisch Können wir ihn reinigen? Ja Nice Fische Wir wissen dass ihr es seid Deswegen Die haben 14 Leben 14 ist nichts 4 bis 8 Äh 5 bis 11 Aber mach mal Ha 8 2 mal Sehr schön Dann Kondorax Hoa Geerntet Dirk Dirk Aber können wir Harvesten Der Blutungsschaden Sollte sie eigentlich Oder wie viel Blutung macht das? 2 Schaden und du hast 3 Leben Schade Ähm Putsch Machen wir die Korps hier weg Weg mit dir Sparefish Ausweichen Lord Crane Nochmal ein Kontorax Durchhalten Junge Und du stirbst daran Sehr schön Ich muss euch halt mit Essen heilen Du bist okay Du kannst dich selber heilen Das weiß ich Aber der stirbt daran Sehr schön So Poison Dart Gift Gift Stress Heilung Bisschen den Stress runter machen Ist immer gut So Dann Würde ich mal sagen Wirst du noch betäubt Aber Gott Und du kannst dich heilen Stress Heilung Sehr schön Und nochmal Giftpfeile hier rein Das sollte auch schon Dein Leben aushauchen Ähm Na komm Wird geerntet Sehr schön Ähm Bisschen Essen hier Bisschen Essen hier Hallo Oh Gott Ah das sind Fralls Die explodieren Also aufpassen Dass das Die schnell sterben Flashing Deggers Okay nice Der Schaden ist gut Ähm I've came to collect Sehr schön Der wird nicht mehr explodieren Einmal durch Mit der Harvesting Axt Ah du solltest Nächste Runde sterben Au Kondorax Ähm Ha Rein da Aber der überlebt Ha Kondorax Durchhalten Okay Throwing Dagger Daneben Nein ausgewichen Verdammt Lass Kondorax In Ruhe Die stressen Den jetzt mit Absicht Okay Aber Kondorax Schnappt sich den erstmal Ähm Hm Dirkstep Harvest Harvest Sehr schön Und du solltest Den ohne Probleme Ausschalten können Und der andere Sollte dann Im Gift sterben Nice Get over here Hehehe Oh was ist das Bounty Hunter Move resist Und move skill chance Ha Und das ist Einfach nur Stun skill Hm Hm Move resistance Ist zwar gut Aber Ich will dafür Wen ja den Speed Aufgeben Noch Damage Aber weniger Dodge Ist halt Dodge Ist halt schon Hm Grr Na gut So Es hat er 10 Dodge Das ist okay Unlocked Strongbox Nicht mit dir Unlocked Strongbox The content Is yours Was ist das Blight resistance Nee Danke Ähm Buff Ja Heiliges Wasser Oder Fackeln Oder Nehmen wir mal Das hier weg Gucken wir mal Scouting Sehr schön Also wir haben auf jeden Fall Mindestens noch zwei Kämpfe Vor uns So Die Box aufmachen Es ist ein wenig Gold Drinnen Ab jetzt haben wir Kein Essen mehr Schaufel 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 Ach drei Kämpfe Haben wir noch vor uns Das ist natürlich Schlecht Ein klein Buff reinhauen Die Buff resistenz Alles erhöhen Einfach nur Um doch Nummer sicher zu gehen Hi Okay Throwing Degas Flashing Flashing Degas Und rein da Sehr schön Die werden Gedebuffed Stresswave Ah Warum bist du so gestresst Noch mehr Ah nice dodge Liliana Nice dodge Und jetzt Bevor der was machen kann Wird er Collected Ähm Buffen Wir brauchen den Buff Und du solltest Knockback Ha Du hast Genockback Okay Er wird nicht Genockbacked Octostras Au Aber er bloßt nicht Sehr schön Wenigstens das Dolch rein Und crit Nice Aber er hat überlebt Ah Naja Liliana ist noch nicht gestresst Deswegen ist das noch kein Problem Er hat eine widriges dann resistent würde ich mal sagen Er wird erstmal gestunt hier Dann wird mir erst mit den anderen umgehen können Ja warum nicht Hack Hack Und du darfst dich jetzt erstmal ein bisschen mit deinem Stress heilen Sehr schön Wir müssen nur gucken dass Kondorax am Leben bleibt Auf jeden Fall Kondorax ist einer unserer stärksten Hitter momentan Poison Dart Ah Throwing Dagger kann er gar nicht Okay dann vergiften wir ihn halt Null Schaden Aber vergiftet Okay Dann Came to collect Oder nochmal uppercut Na lieber collect Machen wir das voll tot Oh yeah Ähm Wer war nicht Dockzap Wir können es immerhin danach noch wechseln Und Miss Natürlich Aber hey Nice Ausgewichen 20 Dodge hat der Alter So jetzt ein paar Dolch hier rein Das sollte auf jeden Fall reichen Das war keine Absicht Das war absolut keine Absicht Okay A strange presence Es fehlt Holy water Okay Leute wir sind fast am Ende Ein glowing pool Ein pool kann man da was rein Nein Okay dann Hero resistance Sehr schön Resistance ist immer gut Da kommt jetzt gleich ein Kampf Deswegen Fuckin Was zum Diebst Dinger Bäh Die haben kaum Leben Ähm Fleshing Dagger Nice crit Sehr schön Oh ich mal weg Bevor ihr irgendwas machen könnt Oder halt Fast bevor ihr irgendwas machen könnt Ich denke mal das Stunt Ja Aber er hat widerstanden Du wirst geerntet Sehr schön Und Condorax sollte keinen Stress mehr haben Gut Into the pit Lorkeg ist wütend Lorkeg tötet So redet Lorkeg nicht aber Lorkeg ist übrigens aus meinem früheren DSA Abenteuer War das ein verkleideter Ein verkleideter Spieler Der sich als andere NPC ausgegeben Hab das war voll toll Kein Effekt Okay Die ist Keine Ahnung was mit der ist Aber okay Er hat sich geschnitten Aber zum Glück haben wir was dagegen Fackeln raus Hi Ach schon wieder so ein Fetti Aber sie sind surprised Surprised ist gut Fleisch in Dagger So Das habt ihr davon Dann Harvest Nice crit Zwei Schaden der drei Leben Okay das heißt Überlebt Condorax Und mit Hay Sollten wir Verfehlen Genau das wollte ich sagen Spearfish Liliana Call of the Deep Bisschen Verteidigung Oder Buff Mehr Schaden Gargling Grab Ah Condorax Finkt Schaden Und das ist auch noch Aber die wenigsten stirbt Die Made Okay Stress für Condorax Das ist okay Das ist okay Wir greifen an Kein Punkt jetzt zurückzuhalten Ich will nicht dass du explodierst Ich weiß nicht was es macht Aber ich kann mir vorstellen Dass es weh tut Und dir tue ich auch weh Und wie ich dir weh tue Nice War's das? Oh yeah Das war's Return to Hamlet So was hat Condorax ist krank Natürlich Klaustrophobisch Hat Angst In kleinen Rollen Er darf Ja natürlich Lord Crane Ist ein bekannter Schummler Naja Das ist okay Und Unsere Stadt Hatte die Envy von diesem Land Ah, so. Klar, komm. Du musst leider geheilt werden. Und ansonsten, Erias hat relativ viel Stress. Das heißt, ich will ihn auf jeden Fall noch ein bisschen den Stress abbauen, bevor wir losgehen. Ah. Irgendwie das ganze Treatment-Kosten verringern. Ja. Ja. Trink, Erias. Trink. Werd nicht zum Alkoholiker, aber... Du kannst trinken. Was haben wir jetzt noch für Trinkets bekommen? Blight Resistance. Blight Resistance. Ah, ja. Gott. Dann Eldricks Slayer. Okay. Move Resistance. Speed ist mir wichtiger. Mehr Schaden, aber Dodge. Die Dodge sind wirklich das, was halt reinhaut. Highwayman. Erias. Minus 15% Stress. Und das ist mehr Dodge, aber weniger... Nee. Ich mach' nur Fernkampfangriffe mit dem, deswegen Warrior Blacelets und... Ich mag die ganzen negativen Sachen nicht. Davon können wir mal eins behalten. Okay, Stun. Wer ist denn noch ein guter Stunner? Normalerweise Jarvik. Aber der hat schon was mit Stun, Skill und Blight. Ähm, so. Das wär halt ein Überstun. Deswegen... Nee. Soll er halt sein Speed runter? Ich mag's nicht, wenn der Speed runter geht. Mag ich nicht. Ähm... Gut, Gorian hat schon zwei Sachen. Achilia hat auch schon gute Sachen. Das macht Max HP runter. Okay, da kann man das wegmachen. So. Höheres Stunner Skill. Sehr schön. Ähm... Wir sollten mal, habe ich gerade gesehen, noch zusätzlich von Jarvik vielleicht... Eins dieser Dinger hier entfernen. Ähm... Minus zwei Stress, wenn die Fackel unten ist. Ja, ich hab' meistens eh... Minus 10% Schaden, wenn die Fackel zu hoch ist. Obsessed with Food. Dann machen wir das hier weg. So. Und Gut Gorian, kann man die auch noch was machen? Plus 20% Stress, minus 1% Crit. Hm, nee. Liliana oder beziehungsweise Achilia. Minus 3% Crit, wenn sie weniger... Nee, nee. Geld verlieren ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, wie sieht's mit dir aus? Fear of Mankind. Minus 10% Accuracy gegen Menschen. Und mehr Stress. Stealing Items ist natürlich nice, weil das 6000 kostet. So, machen wir lieber auf Fear of Mankind weg. Sehr schön. So. Was brauchen wir denn jetzt noch, um die Fähigkeiten nochmal auszubilden? Tavern, äh, nicht Taverne. Ich wollt' hierhin. Wir brauchen noch Amos Miffing auf Level 2. Dazu brauchen wir aber noch Pamphlete. Acht Stück. Das ist okay. Die kriegen wir bestimmt das nächste Mal. Bei The Darkest Dungeon. Mit eurem Ron. Und ich hoffe, ich seh' euch bald. Bye, bye.